Liebe Gemeinde und liebe Zuschauer, wir haben heute ein sehr interessantes Thema, über das wir auch noch mehr sprechen wollen. Heute wollen wir so ein bisschen einleiten dazu und wir haben heute den Johann bei uns zu Besuch und es geht um die Frage, wie finde ich meine Berufung? Also wir wollen alle irgendwo im Leben stehen, wo wir sagen können, ja das ist genau den Platz, den Gott für mich haben möchte und wir wollen auch selbst damit zufrieden sein in den Gaben, mit denen wir ausgestattet und beschenkt worden sind, diese auch wirklich einsetzen in dem, wo wir sind und da ist die Frage, wie finde ich meine Berufung? Ich hoffe, dass sich jeder Christ sich die Frage stellt, was ist eigentlich meine Berufung? Wo möchte Gott mich haben in seinem großen Reich? Was ist sein Plan für mich? Er hat mir schließlich das Leben gegeben, hat mich herausgerettet und ich darf jetzt ein Kind sein und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Wo kann ich es einsetzen als Dank für die Erlösung, für das, dass ich gerettet bin und ja diese Ewigkeitsperspektive jetzt habe? Und ich denke, wenn ich einen Satz so drüber schreibe oder sage, dass die Berufung im Herzen Gottes beginnt. Zuerst entscheidet Gott sich für uns. Gerade im Verser 1 lesen wir davon, darüber habe ich ja letztens gepredigt und das ist etwas Großartiges. Ich möchte das jetzt aber auch nicht wiederholen, aber ich denke, das ist wichtig, dass wir das vor Augen haben, dass Gott sich für uns entschieden hat. Er hat uns gerettet und zu seinem Eigentum gemacht und jetzt geht es darum, was kann ich für ihn tun? Und ich denke da auch an die Worte von unserem Herrn Jesus, die er sagt in Johannes 15 und sehr bekannten Kapitel. Ich möchte nur drei Verse daraus lesen. Johannes 15, Verse 5, 10 und 16a. Da heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Und Vers 16a. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Gott erwählt und beruft uns jeweils mit einem Ziel, Mitarbeiter in seinem Reich zu sein. Und das ist eine großartige Berufung oder einfach zu wissen, dass Gott uns irgendwie gebrauchen möchte, und zwar als Mitarbeiter. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Christ berufen ist. Wenn ich da an Epheser 2 denke, gerade Verse 9 und 10, dass Gott auch die Werke vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Das ist auch ein extra großer Text, aber ein besonderer Text, das soll immer wieder ermutigend für mich auch gewesen. Allerdings ist sein Ruf nicht zwingend, sondern kann auch abgelehnt werden. Und das, denke ich, verdeutlicht gerade Epheser 2. Die Werke sind vorbereitet, aber wenn ich Nein sage zu dem, was Gott eigentlich vorbereitet hat, werde ich auch diesen Segen nicht erfahren. Und das ist von der anderen Seite aber auch sehr wichtig, dass wir das vor Augen haben. Gott sucht Menschen, die sich seinen Absichten sozusagen zur Verfügung stellen. Und wenn wir gerade die Verse 5 und 10 nochmal sehen, diese Beziehung, das ist das Erste, was Gott sucht mit uns. Wie Jesus auch von sich sagte, dass er auch in dieser Beziehung mit seinem Vater stand. Die Berufung sozusagen ist in erster Linie, mit Gott selbst hat sie was zu tun, dass wir mit ihm die Beziehung haben. Und erst danach hat Berufung etwas damit zu tun, was ich tue. Und das ist dann, wie gesagt, Vers 10 hier. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Zuerst ist Gott an uns selbst interessiert. Dann, also dass ich wirklich auch wachse in der Beziehung mit ihm, dass ich ein echter Jünger bin, dass ich gerne auch Unterweisung suche und ja, Gottes Wille auch suche. Dann ist unsere vollkommene Hingabe im Tun sozusagen herausgefordert, wo wir Gottes Willen suchen. Das ganz konkret. Und ich denke, da eine Hilfestellung ist, das Buch von John McArthur, der Wille Gottes gefunden. Also ich habe davon auch profitiert, kann ich nur empfehlen, in seinem kurzen Büchlein. Aber er sagt es sehr deutlich, wie kann ich Gottes Wille einfach erkennen? Unsere Entscheidungen haben Ewigkeitsbedeutung. Und das ist auch, denke ich, sehr, sehr, sehr wichtig, immer wieder vor Augen zu haben. Und wir benötigen, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, Erneuerung unserer Sinne, damit wir überhaupt den Willen Gottes, ja, kennenlernen können und mehr und mehr verstehen können. Und da denke ich an Römer 12, 2, der zweite Hälfte B. Sondern lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Sein erstes Ziel, zeigt uns Römer 8, 9, 20, in das Ebenbild Gottes uns zu verwandeln. Dass wir, ja, in das Ebenbild Christi, damit wir, ja, Christus ähnlicher werden. Dass wir Gottes Kinder mehr und mehr von Qualität werden. Mit unser Aussehen werden wir jeder behalten. Aber diese Eigenschaften unseres Herrn dürfen wir mehr und mehr uns aneignen. Und das ist große, große Arbeit. Berufung, wie du schon sagtest, Michael, am Anfang, ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Und wie ich schon sagte, man kann es nur anreißen. In der Bibel haben wir viele großartige Beispiele. Wie Mose zum Beispiel hat mich immer wieder interessiert, wie Gott ihn gerufen hat. Hat einen sehr, ganz klaren Auftrag ihm gegeben, nachdem er, ja, sehr viele Semester schon belegt hatte. 40 Jahre bei Pfarrer und dann nochmal 40 Jahre in der Wüste. Das waren gut 80 Semester. Gott hat sich Zeit genommen, um ihn vorzubereiten für einen bestimmten Auftrag. Er gab ihm den Auftrag. 2. Mose 3, 10 sehen wir, so geh nur hin, denn ich will dich zu dem Pfarrer senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten führst. Gott erwartet gehorsam. Aber wie so oft wir Menschen sind, als erstes haben wir oft eine Ausrede. Und das hat auch Mose. 2. Mose 3, Vers 11. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pfarrer gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Und ich bezeichne dieses als falsche Demut. Wer bin ich? Das klingt fromm, aber da verbirgt sich eine falsche Demut. Gott zu sagen, ich kann nicht. Und Gott muss ihm fragen, wer hat er in den Mund gemacht und und und. Also für mich war diese Stelle eine sehr ermutigende Frage oder Beispiel seiner Zeit, wo ich mich persönlich gefragt habe, was kann ich tun? Und ich hatte Angst, Gott solche Ausrede irgendwie vorzubringen. Ich kann nicht. Und von daher war es für mich ein wahnsinniges Beispiel. Wahre Demut erkennt seine Unfähigkeit, aber sieht den großen Gott, der das bewerkstelligen kann, den allmächtigen Gott. Und in Demut erkennen wir unsere Hilfslosigkeit. Wir lernen Gott mehr und mehr kennen und sehen, wie Gott groß ist, lebendig, wie er alles weiß. Er weiß auch, mit welchen Gaben er uns ausgestattet hat. Und sein Auftrag ist nie größer als das, was er uns geschenkt hat. Und das zu erkennen, das zu akzeptieren, denke ich, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und indem wir Gott kennenlernen, mehr und mehr aus unseren Schöpfer, auch die Begabungen, die er uns gegeben hat, ihn persönlich fassen wir Mut, einfach auch etwas anzufassen. Und ich denke, es ist nach wie vor wichtig, diese zwei Gebote vor Augen zu haben, Gott zu lieben und den Nächsten. Und da, wo wir Gott lieben und das mehr und mehr, werden wir seinen Herzschlag mehr und mehr verspüren und erfahren. Und er möchte wiederum Menschen retten. Und deswegen werden wir auch Menschen lieben lernen müssen. Es liegt nicht in unserer Natur, in unserer sündigen Natur. Aber da, wo wir nah am Herzen Gottes sind, werden wir es mehr und mehr lernen. Und das ist dieses, wenn wir dieses Liebesverhältnis zu Gott haben, wird es auch so ein Liebesverhältnis zu den Menschen. Und diese Liebe zum Menschen macht erfinderisch. Liebe macht immer erfinderisch. Das haben wir in unseren Beziehungen kennengelernt, als wir uns verliebt haben seinerzeit und ja, es leben auch bis heute. Ich denke, dass Gott uns einen klaren Auftrag gibt, aber von der anderen Seite auch seine Autorität dahinter. Das ist auch, sehen wir auch bei Mose in 3 Vers 14 dann, 2. Mose. Gott sprach zu Mose, ich bin der, ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und das ist etwas Wichtiges, dass wenn wir auch um Berufung beten, uns suchen, dass wir mit dem Auftraggeber, mit ihm diese enge Beziehung haben, dass wir ihn immer wieder fragen, was ist dein Plan mit mir? Und ja, Gott hat sich hinter diesem Auftrag gestellt und Mose ging. Und wir sehen dann 5. Mose 34, 7. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Und das ist sehr ermutigend zu sehen bei Mose. Nun, wir sehen in diesen vielen Beispielen, wie Gott angerufen hat. Und natürlich fragen wir uns immer wieder, wie kann ich das auf mich anwenden? Wie erfahre ich das heute? Spricht Gott heute so wie zu Mose damals, so deutlich? Es war nicht unzufrieden erkennen. Gott hat, wir wissen nicht genau wie, wir wissen ja aus dem Busch und so weiter. Aber Gott spricht heute heute auch zu uns und hat uns sein Wort gegeben. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir zum Beispiel Römer 12, 1. Korinther 12 studieren, wo Gott von verschiedenen Gaben spricht. Und wer uns gesetzt hat in einen Leib, wo er das Haupt ist und wir in der Gemeinde Jesu, wir sind Glieder voneinander. Und dass wir diese Kapitel studieren und andere und dass wir einfach erkennen, ja, welche Gaben gibt es. Dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir an unserem Charakter denken und einfach auch sagen, ja, ich habe das erkannt, diese Gaben. Aber da spielt der Charakter auch noch eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Und ja, wie sieht es dann damit bei mir aus? Wie kann ich diesen Charakter, den ich gerade heute habe und diese Gaben, wie kann ich das, wie gesagt, einsetzen für den Herrn? Viele Menschen denken heute, ja, Charakter kann man nicht verändern. Ich bin halt so geboren, ob emotional oder noch irgendwas und das geht nicht anders. Und ich glaube, da gibt es große Veränderung. Gerade nachdem wir wiedergeboren wurden von unserem Herrn durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, gibt es noch da Veränderungsmöglichkeiten. Und ein Zitat hilft mir persönlich, erinnert mich immer wieder auch daran, wie das möglich ist. Und da heißt es, sehe einen Gedanken, ernte eine Tat. Sehe eine Tat, ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit, ernte einen Charakter. Sehe einen Charakter, erbe ein Schicksal. Es ist wichtig, dass wir uns mit den richtigen Dingen beschäftigen. Und was ist das, was Gott sozusagen mir nahelegt? Dass wir als erstes einfach prüfen und schauen, was ist die Neigung, die ich habe? Was hat Gott mir gegeben? Welche Neigung? Was mag ich? Mag ich mit Menschen sprechen? Mag ich die über praktisch arbeiten? Mag ich singen? Und, und, und. Es gibt ganz viele Dinge, dass ich einfach erstmal schaue, ganz bewusst, ja, was hat Gott mir dann so gegeben? Weil ich glaube, dass Gott das mir nicht einfach so gegeben hat, sondern Gott möchte, dass ich diese Neigung, das, was Gott mir gegeben hat, wirklich dann in Tat umsetze. Dann einfach schauen, wo sind offene Türen? Was sind die Dinge, was ich gerade tun kann? Wo sind die Türen? Dass ich immer wieder zwar anhand des Wortes Gottes prüfe, ist das nur eine gute Idee? Oder sind das offene Türen, die der Herr gerade gibt? Wenn wir an die Apostel denken, gerade in Apostelgeschichte 16, da lesen wir von Paulus, also wie sie unterwegs waren und sie hatten den großen Wunsch, nach Asien zu gehen, gerade in Vers 6 zum Beispiel, sie durchzogen, aber prügeln und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Vers 7, als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Sie hatten ein gutes Verlangen, ein gutes Ziel, da das Evangelium zu verkündigen. Und es kann passieren, dass Gott diese Tür zumacht und eine andere öffnet. Und da sehen wir auch gerade danach, wie Apostel Paulus sein Gesicht sieht und sehe, er wird nach Mazedonien gerufen. Ich persönlich habe zweimal diesen Ruf nach Mazedonien, seinerzeit nach Berlin und dann konkreter nach Lichtenberg und weiter, wirklich durch andere Männer Gottes einfach gehört und sie mich gerufen haben. Und das war aber auch nicht einfach so, sondern wir suchten den Willen Gottes. Gott, wo willst du uns haben? Du hast uns mit dem ausgestattet, das Herz für Verlorene. Aber wo soll das passieren, wo wir das Evangelium weiter sahen? Und so glaube ich, ist es gut zu schauen, wo sind diese offenen Türen? Dann dürfen wir beten, unsere Abhängigkeit zum Ausdruck bringen. Herr, was ist dein Plan für mich? Und da, wo wir ehrlich beten, dürfen wir einen Frieden bekommen über das, was Gott uns aufs Herz legt. Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir ehrlich sind und nicht Gott versuchen zu manipulieren, sondern einfach sagen, ja, dein Plan, dein Wille, ich will ihn gerne tun. Und da bekommt Gott uns einen gewissen Frieden drüber. Und ich kann heute nur sagen, diese Frage hat mich persönlich beschäftigt, uns als Ehepaar und Familie. Und wir haben lange dafür gewesen. Und Gott hat uns eine offene Tür gezeigt. Wir zogen damals um hier nach Wünsdorf zuerst, dann nach Berlin oder in der Nähe und dürfen hier arbeiten. Ich kann für mich heute sagen, es sind inzwischen 30 Jahre. Aber es gab bis heute keinen einzigen Tag, wo ich gezweifelt hatte, dass das Gottes Weg für uns war, genau hier diesen Auftrag zu tun. Ich denke, wir dürfen die Bestätigung finden im Wort Gottes, wo wir Gottes Wort Tag für Tag lesen und wo uns bestimmte Stellen wichtig werden, wo wir sagen, ja, das ist es, wie Gott uns verändert, wie gesagt, unseren Charakter und wie er uns vorbereitet auch für bestimmte Dienste. Und ich denke, nicht unwichtig ist, dass wir andere Geschwister fragen, Brüder, Schwestern in der Gemeinde, was hält ihr davon? Wie nehmt ihr mich wahr? Was könnte das sein, dass Gott mich da und da hinstellt? Das ist etwas, was das Buch Sprüche uns immer wieder lehrt und so sehe ich, dass man Gott einfach erfahren kann, indem Gott uns einen offenbarten Willen kundtut, wo er sagt, er will, dass Menschen gerettet werden, Heiligung und so weiter. Das sind also große Themen. Einfach danach trachten, Gott, was ist dein Plan für uns? Vielleicht das Letzte. Lebe leidenschaftlich deine Berufung. Um das zu tun, muss es deutlich sein, was ist die Berufung? Nicht einfach lebe leidenschaftlich, nein, aber was ist die Berufung? Und das kann für eine bestimmte Zeit sein, eine Berufung, und dann kann sie sich erweitern, aber wirklich von Herzen und mit Herzen. Ich denke, es ist eine Berufung, Ehemann zu werden, Ehefrau zu werden, eine Berufung, Eltern zu werden, Kindererziehung, eine Berufung, Single zu bleiben und das einfach zu akzeptieren und sagen, ja, diese Zeit will ich jetzt wirklich bewusst für den Herrn leben, bis die Berufung sich ändert. Hoffentlich, manchmal auch nicht. Und das ist herausfordernd. Berufung Mama zu leben und das von ganzem Herzen. Die Kinder möglichst lange zu begleiten, nicht ihnen nur Essen zu geben, sondern wirklich den Auftrag zu leben, ihnen Gottesfurcht beizubringen, zu lehren, weil das ja der Anfang der Weisheit ist. Wir wollen ja, dass unsere Kinder weiser werden. Und das braucht Zeit und nicht nur ein, zwei Jahre, sondern das braucht viel, viel länger. Ja, man verzichtet vielleicht auf ein zweites Gehalt und man kann sich weniger Dinge leisten, aber man kann in die Kinder so viel hineinlegen und das macht sich, wenn man das in Zahlen ausdrücken würde, ausbezahlt, aber das geht nicht darum. Es ist viel, viel mehr, Berufung Hausrat zu bleiben oder zu sein, den Mann zu unterstützen in den Aufgaben, die Gott ihm aufs Herz legt. Ob es ein Dienst in der Gemeinde ist, ob Diakon ist oder sonst irgendwas. Aber man kann als Ehepaar viel, viel, viel mehr machen, wenn man wirklich die Berufung darin sieht. Prediger zu seiner Berufung, dass man sich Zeit nimmt, zu lernen Gottes Wort. Und die Frauen unterstützen dabei, das ist eine Berufung, das Wort Gottes wirklich zu lernen, einfach Hausmeister zu sein oder im Büro zu leben oder auch zu singen zur Ehre Gottes. Ich habe seinerzeit versucht, ich ging länger in den Chor und dachte, ich könnte, weil ich ja auch sogar Lieder anleiten kann und so, aber irgendwann sagte der Chorleiter zu mir, Bruder Johann, weißt du, wir glauben, Gott hat dir eine andere Gabe gegeben und so wurde ich Missionar und ich bin froh darüber, dass Gott mir diese Berufung geschenkt hat. Und 2. Korinther 5, Vers 14 ist bis heute meine Leidenschaft, denn die Liebe Christi drängt uns. Und das ist etwas, wenn ich die Liebe Gottes sehe, ich kann nicht schweigen. Ich will diese Liebe irgendwie erwidern. Ich sehe diese Liebe Gottes zu mir, zur Welt und ich möchte den Menschen zurufen, lieb den Herrn. Und so denke ich, ist es wichtig, dass wir diese Liebe weitertragen. Gott hat uns in die Gemeinde gestellt aus verschiedenen Gliedern und manchmal denken wir, ich muss die Gemeinde wechseln. Und auch da sage ich immer wieder, ist es wirklich deine Berufung? Ist es eine Flucht, weil du hier die Geschwister kennengelernt hast mit all ihren Fehlern und Mängeln? Oder ist es wirklich eine Berufung? Und so ist dieses Thema Berufung einfach sehr, 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 sehr groß. Ich freue mich, dass Gott uns Zeit gibt, es zu studieren, die Möglichkeit, seinen Willen wirklich mehr und mehr kennen zu lernen, dass wir einander haben und dass wir, wie wir am Anfang gelesen haben, Johannes 15, wirklich wissen dürfen, der Herr hat uns erwählt, damit wir Frucht bringen. Und das wirklich zu suchen und das immer wieder zu suchen. Und nicht sagen, ja, ich bin fertig, sondern weiter zu suchen, weil der Auftrag morgen wird ein anderer sein als gestern. Und deswegen muss ich immer wieder aktiv bleiben. Und das ist mein Wunsch für mich und für jeden von uns in der Gemeinde Jesu. Herzlichen Dank, Johann. Das heißt, es beginnt auch in erster Linie damit, dass ich den nach dem Willen Gottes suche. Weil wenn ich den nicht kenne, dann weiß ich auch gar nicht, was seine Berufung für mich ist. Das heißt, was ist sein Plan für mich? Und es beginnt da, wo wir uns Gott hingeben und in der Heiligung wachsen und kompromisslos seinem Wort gehorsam sind. Weil wenn das nicht passiert, dann werden wir wahrscheinlich unsere eigene Berufung suchen und auch dann irgendwie wahrscheinlich leben. Ja, herzlichen Dank, Johann. Und auch euch, liebe Gemeinde, wünschen wir Gottes Segen. Und wenn ihr noch weitere Fragen auch zu dem Thema Berufung habt, dann lasst sie einfach uns zukommen und wir nehmen uns gerne wieder Zeit, auch mit Johann oder mit Alex und weiteren Brüdern diese Fragen mit zu beantworten. Gottes Segen euch! Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumchristengemeinde Berlin-Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin.com und fragen.